hallo und herzlich willkommen zum ersten vortrag unseres online events im herbst 2020 und das thema ist wie sie hier lesen können web cms und lokalisierung das heißt wie bekomme ich content aus web cms wie wordpress im drupal aber auch aus anderen repositories wie zum beispiel ecommerce sap cloud erp systemen etc in die übersetzung und nachher auch wieder retour warum will man das überhaupt machen warum will man mit dinge aus content management systemen primär web content management systemen überhaupt übersetzen da gibt es eine sehr interessante studie von common sense advisory die besagt dass 75 prozent der endkonsumenten also business to consumer eher bereit sind etwas zu kaufen wenn sie informationen dazu in ihrer sprache finden und 55 prozent der konsumenten kaufen überhaupt nur dann wenn informationen in ihrer sprache vorliegen was bedeutet das das bedeutet wenn man wie hier zum beispiel circa 90 prozent der online erreichbaren businesswelt erreichen möchte oder abdecken möchte dann brauchen sie 14 sprachen eigentlich gar nicht so wild aus unserer sicht zumindest sie sagen vielleicht naja gut das ist business to consumer im business to business ist das völlig anders ja das stimmt nicht ganz im gegenteil 84 prozent von corporate bayern also von von unternehmenseinkäufern sind eher bereit etwas zu kaufen wenn sie informationen in ihrer sprache haben und interessanter effekt auch 51 prozent der corporate bayern kaufen lieber etwas von einer schlecht lokalisierten webseite als von einer gar nicht lokalisierten in diesem fall rein englischen weil common sense aus den usa ist das bedeutet also machine translation ist immer noch besser als das ganze übersetzt zu lassen 85 prozent übrigens sagen auch dass sie nach ihrem einkauf auch weiterhin support in ihren jeweiligen sprachen benötigen werden wie schaut es aus in der echten welt allerdings wenn man das mal gegenüber stellt und da stellt man fest oder marketing profs.com hat das festgestellt dass 60 prozent aller unternehmen überhaupt keine mehrsprachige festgelegte marketingstrategie haben das heißt in aller regel die marketingstrategie halt in einer sprache festlegen und dann zu einem lsp zum beispiel zu gehen um das schlicht und ergreifend zu übersetzen acht prozent der weltweit tätigen unternehmen auch das wieder die zahlen kommen aus den usa kann man sich das ein bisschen besser vorstellen als bei uns an übersetzen überhaupt gar nicht das was übersetzt wird wiederum zu 79 prozent sind klassische websites webseite texte webseite inhalte das ist das was so im online ja kampagnen im online digitalen marketing übersetzt wird xilio hat auch noch herausgefunden in untersuchungen dass auf globalen mehrsprachigen websites drei bis fünf prozent aller fremdsprachigen inhalte gar nicht korrekt angezeigt werden das heißt da waren entweder copy paste fehler oder das ist nicht wieder zurückgeflossen an den richtigen platz in in der website warum ist das so schwierig warum wollen unternehmen sich da einfach offensichtlich nicht wirklich immer damit auseinandersetzen auch dazu gibt es eine studio auch wieder von marketing profs die besagt dass 23 prozent der unternehmen übersetzen einfach zu teuer finden 21 prozent zu langsam viele kleine projekte viele einzelne schritte also einfach zu mühsam oder sie haben keine vernünftigen tools können also auch keine zahlen liefern genau über diese dinge werde ich in meinem vortrag auch reden darüber hinaus glauben 15 prozent der unternehmen dass es ohnehin viel zu schwierig ist ein branding weltweit konsistent und einheitlich zu übermitteln und 11 prozent sagen sie können diese fragen eigentlich gar nicht beantworten weil sie haben überhaupt gar keine kennzahlen zu lokalisierung das heißt sie wissen überhaupt gar nicht was sie eigentlich in welchen sprachen zur verfügung haben das sind themen die meine kollegin dann auch im seo vortrag ein bisschen beleuchten wird warum ist das so warum ist das so mühsam und so schwierig und so anstrengend und so viele schritte naja das hat damit zu tun dass projekte immer kleiner werden stl hat herausgefunden dass die hälfte der projekte unter 300 wörtern großes also lauter kleinprojekte eigentlich das sind irgendwie anderthalb seiten auf vier seiten sozusagen um münzt warum ist das so das ist weil viele unternehmen eben content management systeme eingeführt haben grundsätzlich eine gute idee aber was es heißt ist man kommt halt weg von diesem wasserfall modell das heißt ich habe eine webseite die ist fertig und wird übersetzt oder ich habe ein einen katalog der ist fertig und wird übersetzt hin zu einem tröpfchen modell wo im grunde genommen stündlich kleine projektlein rausfallen können und das auch tun das heißt also aufgrund dieser vielen einzelnen projekte werden die transaktionskosten für diese projekte proportional höher das ist in der vergangenheit hatte ich halt einmal ein projekt das ich irgendwie rumschicken muss und heute habe ich täglich stündlich kleine projekte die natürlich nicht ganz so mühsam sind wie das großprojekt aber ich muss es trotzdem auch herumschicken und verwalten und managen und prüfen und exportieren importieren etc für den übersetzer bedeutet es darüber hinaus das content zunehmend fragmentiert wird das heißt es wird immer schwieriger auch übersetzer sozusagen emotional bei der sache zu halten und zu begeistern für das unternehmen das produkt etc darüber hinaus gerade im marketing im digitalen marketing natürlich wird alles auch agiler wir haben sehr häufig durchlaufzeiten von irgendwie 24 stunden für kleine blogbeiträge social media posts weil wenn das länger dauert dann ist es einfach nicht mehr aktuell das heißt also automatisieren 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 alles was geht im content management system im translation management system auch im idealfall wieder alles einfach automatisch herumgeschickt bereitgestellt und wir greifen als menschen nur noch dann ein wenn irgendwo etwas schief geht management by exception heißt das auf englisch schauen wir uns diese vielen schritte mal an von denen wir da reden warum ist das so kompliziert naja wenn ich mir so einen klassischen prozess anschaue der beginnt eben damit dass man irgendwie die inhalte exportieren muss aus dem system dann irgendwie rüber schicken muss dort muss das jemand importieren in zum beispiel trados studio muss das rausschicken an die übersetzer wieder zurückbekommen rausschicken an die korrekturleser wieder zurückbekommen rausschicken an die reviewer wieder zurückbekommen und so weiter prüfen zieldatei erstellen zurückschicken an den kunden der muss es importieren und dann prüft man es auch noch im zielsystem ob das alles auch richtig angekommen ist viel schöner wäre irgendwer löst eine übersetzung aus im idealfall vielleicht sogar das automatisiert dass ich sagen kann hey es gibt einen neuen blogbeitrag hier eine seite hat sich geändert go übersetzt das einfach die ganzen transaktionsprozesse funktionieren automatisch da muss ich also nur einschreiten wenn eine exception eingetreten ist also wenn ich ein problem lösen muss und am schluss muss ich natürlich trotzdem auch noch prüfen das wäre eigentlich der optimal zustand und um das zu erreichen was wir dazu brauchen sind eben schnittstellen und sind automatisierbare schnittstellen wie müssen solche schnittstellen ausschauen nun zunächst mal müssen sie in der lage sein inhalte die zu übersetzen sind zu selektieren und zu übertragen und zwar in logischen paketen oft ein problem von content management herstellern die halt sagen ja man kann das eh ausgeben als xml aber dann ist das zum beispiel jedes fragment irgendwie nach dem anlagedatum sortiert oder solche lustigen dinge anstatt dass irgendwie logisch im kontext daher kommen kontextinformationen sind auch wichtig das heißt vielleicht gibt es da bilder dazu formatierungen etc und natürlich die business metadaten sind auch ganz wichtig welche sprache ist das haupt überhaupt in welche sprache soll es gehen bis wann vielleicht sogar irgendwelche workflow informationen wenn ich sage ja teile kann ich ja voll automatisiert mit machine translation bearbeiten andere teile lieber nicht bei wieder anderen teilen brauche ich vielleicht sogar eine seo optimierung kleiner hint wieder auf den anderen vortrag später das heißt da habe ich potenziell auch unterschiedliche workflows die ich ansteuern möchte zum beispiel neben über content profiles es gibt technisch gesprochen da will ich es nicht allzu sehr damit quälen zwei arten von schnittstellen push schnittstellen bedeutet jemand oder etwas schiebt praktisch den content aus einem system in ein anderes hinüber zum beispiel werde ich dann gleich zeigen ich kann etwas exportieren oder etwas irgendwo in einen ordner exportieren oder legen und unsere middleware connecting content die ich ihnen gleich vorstellen werde die kann das dann von dort weg auch automatisieren aber ich brauche halt jemanden im ausgangssystem der sagt diese sieben dinge die können jetzt bitte übersetzt im gegensatz dazu gibt es pool schnittstellen das heißt es gibt irgendein tool das sich einloggt bei system a und die daten dort nach irgendeinem muster herauszieht zum beispiel xilios lockup ist ein tool das das kann das werde ich ihnen dann zeigen mit wordpress wo wir also praktisch über den connector das ist dieser lockup in diesem fall content herausziehen das heißt ich brauche niemanden in wordpress der sagt bitte übersetzt das oder wird präsentieren nur ein beispiel im ausgangssystem halt und dann habe ich eben connecting content dass das automatisiert und dann weiter schickt vorteil der pool schnittstellen sie sind besser automatisierbar ich kann dort regeln hinterlegen wie zum beispiel wenn hier was neues auf poppt bitte übersetzen oder wenn sich da was ändert bitte übersetzen und was ich dann dazwischen habe zwischen dem content management system und dem lokalisierungsprozess ist eine sogenannte middleware middleware stellt also eine anwendungsunabhängige business logik habe ich sie genannt zur verfügung das heißt es kann sich connecten mit beliebigen systemen in alle richtungen auf der einen seite eben content management systeme andere content repositories irgendwelche frontends vielleicht gibt es eine beauftragungsmaske oder irgend sowas auf der anderen seite auch mit cut tools und auch wieder zum beispiel mit geschäftsanwendungen wie irgendwelchen projekt management systemen und so weiter all diese systeme rundherum müssen sich nicht allzu sehr um den übersetzungsprozess kümmern das macht eben die middleware wie schaut so ein prozess aus mit middleware aber beispielsweise so ganz vereinfacht schematisch dargestellt habe ich halt irgendein ausgangssystem sagen wir adobe experience manager oder sap commerce cloud oder was auch immer und die schieben oder es wird gepult die daten eben über einen gateway an die middleware der gateway kann ein austausch ordner sein das kann irgendein protokoll sein da habe ich dann am nachmittag einen vortrag auch noch dazu zu standardisierten protokollen die das unterstützen tapik koti etc sind da die stichworte die middleware übernimmt das dann praktisch also einerseits die business daten das heißt was ist das überhaupt bis wann brauche ich das in welchen sprachen mit mit welchem workflow welche kostenstelle etc und steuert dann damit automatisiert den übersetzungsprozess und wenn der übersetzungsprozess fertig ist schickt die middleware das ganze über das gateway wieder zurück an das ausgangssystem und connecting content beispielsweise als middleware kann dann zum beispiel dort auch noch etwas aufrufen und sagen hey liebes system ich habe hier was fertig übersetzt vielleicht magst du das nicht importieren da möchte ich ihnen jetzt ein beispiel zeigen aber ein ganz einfaches unsere connecting content middleware mit einer hot folder automatisierung das heißt was wir hier sehen hier unten ist praktisch ein hot folder ein austausch ordner der liegt jetzt in meiner demo einfach am desktop aber das könnte natürlich zum beispiel ein ftp ordner sein und was ich machen werde ja rechts natürlich studio und was ich jetzt machen werde ist ich wäre einfach eine datei hineinwerfen also ich schnappe mir diese cc demo with sample photo printer werft das da hinein und ganz automatisch erscheint dann auf der rechten seite hier in studio ein projekt weil es die middleware eben angelegt hat das heißt diese cc demo with sample photo printer hat das halt genauso genannt wie die datei ist ein völlig normales studio projekt kann ich hier drinnen übersetzen warum ist das passiert das ist passiert weil ich in connecting content da sehen wir hier die administrationsoberfläche dazu weil ich das dort definiert habe das heißt ich habe dort einen sogenannten job angelegt in dem ich sage schau es gibt hier einen eingangs ordner das ist dieser cc demo in ordner und ich erwarte dort bestimmte input also dort können bestimmte dateien hineingeworfen werden zum beispiel eben eine doc datei wie ich das gerade gemacht habe und wenn das der fall ist dann starte bitte folgende sequenz lege ein projekt an und zwar in studio in meinem fall mit einer bestimmten ja mit einem projektnamen halt den dateinamen in diesem fall mit bestimmten sprachen weil word natürlich keine business logik hat und uns nicht sagen kann welche zielsprachen es will und dann mache eben diese studio aufgaben die sie wahrscheinlich kennen wenn sie studio kennen das heißt ich will das konvertieren ich will es analysieren wie viel ist da noch zu übersetzen ich will es vielleicht vor übersetzen bis zu einem gewissen match rate vielleicht null ist vielleicht sogar niedrig und dann in dieser demo einfach in studio öffnen klassischerweise läuft das am server da würde ich natürlich nicht öffnen aber für die demo ist das ganz praktisch ein komplexeres beispiel ich habe hier xml xml ist halt intelligenter und ich kann hier zum beispiel in xml so dinge wie projektname lieferdatum sprachkombination beschreibung etc das kann ich eben alles mitgeben und kann dadurch connecting content intelligenter machen schauen wir uns das mal an ich kann also hier so ein xml parser nennt man das konfigurieren und kann eben sagen okay was findest du in diesen xml dateien naja du findest den projektnamen in diesem x path nennt man das also im element project name hier findest du deine sprachen hier findest du denn den lieferdatum hier findest du diese projektbeschreibung die wir übergeben können und wenn wir das jetzt mal machen diese sample punkt xml ja achtung das heißt sample und nicht irgendwie andere projektname und werfen das hinein dann erstellt connecting content eben als middleware wieder ein neues projekt in studio haben ich muss dort in studio zuerst auf die projektebene zurückgehen damit wir den projektnamen sehen man sieht also das heißt sample foto printer in xml hier ist unsere beschreibung auch dazu das lieferdatum ist da ja also wie immer hat übersetzer jede menge zeit kennen sie ja aus der täglichen praxis und in studio ist das halt ein ganz normales projekt das waren ein paar beispiele die frage ist natürlich auch was passiert mit dem projekt wenn es fertig ist dazu kann ich ihnen in connecting content so genannte finalize jobs anlegen das heißt ich kann sagen zum beispiel naja aktualisieren tm generiere die zielsprache und dann löscht das projekt wieder ich kann natürlich nicht nur so einfache dinge machen sondern viel viel mehr automatisieren damit da hier sehen sie also zum beispiel die möglichkeit zu sagen naja macht das nicht einfach in studio auf das bringt mir nix am server sondern generiere übersetzungs pakete und schicke die per e mail an die verschiedenen übersetzer auch hier wieder mit den ganzen optionen die sie aus studio auch kennen also was soll da alles drin sein in dem übersetzungs paket zum beispiel oder auch natürlich je nachdem welche systeme sie auch verwenden ich kann hier zum beispiel das projekt statt ein paket zu erstellen auf den group server hochladen kann also hier auch sagen naja gut in welche organisationseinheit zum beispiel möchte ich das denn schieben bei lsp ist zum beispiel in verschiedene kunden oder bei endkunden verschiedene abteilungen beispielsweise kann hier auch sagen wer sollten das überhaupt übersetzen haben also wir haben ja den tom der kann jede sprache in jede sprache übersetzen ganz praktischer übersetzer und auch beim finalisieren haben wir also zusätzliche möglichkeiten ich kann also nicht nur die zieldatei generieren hier zum beispiel sondern ich kann die dann auch über einen export task irgendwo hinlegen zum beispiel an einen ftp server schicken und kann dann eben auch zum beispiel eben das zielsystem aufrufen mit einem kleinen skript und sagen schau hier in diesem ordner results am desktop da liegt jetzt meine zieldatei oder in diesem ftp verzeichnis zum beispiel hol das doch ab also mit einem skript kann ich dann sagen zum beispiel wenn das eine API hat zum beispiel die über http aufrufbar ist kann ich da parameter übergeben und das ganze eben automatisch zum beispiel importieren weil es eben eine middleware ist haben wir dann auch noch sozusagen tool unabhängige funktionen wie zum beispiel sammelprojekte wir können also sagen diese kleinen schnipsel will ich nicht jedes mal sofort raus schicken sondern ich möchte sie zusammen sammeln zum beispiel immer wenn montag 7 uhr ist oder wenn eine andere wenn dann das queuing condition also sozusagen eine eine bedingung erfüllt wird an beispielsweise eben keine ahnung 500 wörter werden erreicht analysiert also jedes mal wie man links sieht und wenn 500 wörter erreicht werden oder wenn eine xml datei irgendwo diese property beinhaltet dann wird eben das gesamte projekt ziel sprachen spezifisch oder sogar übersetzer spezifisch eben ausgelöst ich habe es vorher kurz erwähnt man hat natürlich auch die möglichkeit andere systeme anzudocken also hier zum beispiel ein beispiel eines webfrontends wo ich eben im unternehmen sagen kann ich habe dann eine webapplikation wo ich einfach sagen kann ich lade da dateien hoch ich gebe meine ausgangs meine zielsprache an ich sage es hat mit project schickt das also in die übersetzung und im hintergrund läuft jetzt connecting content wieder an und macht eigentlich genau dasselbe was er vorher gemacht hat nämlich entsprechend ein projekt hinten in studio zu erstellen und dann zum beispiel per e mail auch wieder zurückliefert das ist eben der vorteil an middleware so etwas kann weder studio noch ein content management system sondern das wird eben wirklich in dieser zwischenschicht daher eben auch middleware gehandhabt das war ein recht einfaches beispiel schauen wir uns was ein bisschen komplizierteres oder spannenderes an hier also ein beispiel mit einer mittel werden nämlich dem exilio lockup wir haben hier ein beispiel von wordpress wo wir eben über den xilio lockup in studio gehen und dort verwenden wir unser studio plugin das wir dafür geschrieben haben und dann auch wieder retour ich habe das eine kleine wordpress site angelegt extra für diese demo und habe da drinnen also auch einen blog artikel geschrieben ja dass wir eben im april haben wir diese diese dieses neue feature released da ich einen blog artikel darüber geschrieben und wenn wir da mal kurz ins back end hineinschauen also in die in die admin oberfläche von wordpress wenn man will dann sieht man auch all jene die wordpress kennen werden das sofort erkennen ich habe einen blog artikel aber er ist auf englisch und spanisch noch nicht verfügbar darum habe ich hier noch diese zwei plus und jetzt exportiere ich die aber eben nicht aus wordpress sondern ich gehe eben jetzt mit einer middleware über einen pool connector da hinein in diesem konkreten fall xilio lockup ein partner von uns gibt dem job irgendeinen namen das kann ich eben auch alles automatisieren aber für die demo mache ich es händisch und sage ich möchte das von deutsch ins englische übersetzen und kann jetzt eben über so einen connector zum beispiel in meine connectivity demo website hineingreifen und wenn ich weiß wie die strukturiert ist dann weiß ich meine blog posts sind hier in diesem ordner und kann dann sagen schnapp dir diesen und erstelle damit einen übersetzungsauftrag und das sagt das auch ich kann jetzt heiße eine artikel hier übersetzen in eine sprache ich launche das dann holt sich das xilio macht daraus einen übersetzungsauftrag und ich kann jetzt sagen okay ich bin fertig mehr will ich hier nicht übersetzen dann kriegt das ding einen neuen status nämlich published auf der middleware von lockup und ich kann das jetzt von studio mit unserem plugin abholen ich könnte es natürlich auch mit connecting content abholen da habe ich dann später auch noch ein beispiel aber hier gehen wir davon aus ich bin einfach ein übersetzer ich logge mich in meinem plugin hier aber diesen lockup account von uns ein und habe jetzt hier die möglichkeit zu sagen hol dir das importiere eben das geht über tappik mehr dazu am nachmittag importiere dir diesen job von lockup ja ich habe hier eine studio projekt vorlage ich muss natürlich noch so ein paar studio dinge hier festlegen wie zum beispiel wo gehört denn das überhaupt abgespeichert oder habe ich da irgendwie vielleicht eine deadline dafür und dann sage ich eben finnisch und im hintergrund legt jetzt das plugin holt sich die daten runter und legt ein projekt an sieht also da ist jetzt mein blog der ist auch schon zu 100 prozent übersetzt weil ich will ihnen ja jetzt hier nicht studio zeigen sondern eben diese integration das heißt wir haben das komplett schon vor übersetzt ich mache nur noch eine kleine änderung damit sie sehen das war nicht vorher schon drinnen sondern ist wirklich zumindest halbleiben weil es ist ja zugegebenermaßen ein video machte ich also eine änderung sagt dann okay dieses projekt ist jetzt fertig da mache ich klassischerweise in studio eben diesen finalize am batch task damit mein memory aktualisiert ist damit meine ziel datei erstellt ist etc und jetzt gehe ich wieder zum plugin und sagt schickt es bitte zurück an den lockup sag hier auch nur eine datei in diesem fall stell auch den status um auf fertig in lockup und dann könnte lockup das zum beispiel vollautomatisch wieder zurückschicken man sieht hier den status der hat sich geändert nach einem refresh für die demo mache ich es einfach manuell aber man könnte auch sagen im status delivered schickt das sofort retour an wordpress und wenn wir jetzt rüber schauen an wordpress dann wird man hier sehen wenn ich das auch refresher dass sich eben dieses plus von englisch ändert auf so einen bleichstift das bedeutet in wordpress es ist eine übersetzung vorhanden sie ist auch aktuell und wenn ich da draufklicke dann sieht man okay hier ist also wirklich unsere englische übersetzung im video editiere ich dann auch ein bisschen rum aber das spare ich ihnen noch ein interessanteres noch ein spannenderes beispiel wir haben hier den fall von adobe experience manager das beginne ich mit einer push schnittstelle xilio hat zwar ein plugin für aem und da kann ein autor direkt in adobe sagen ich habe da jetzt eine seite einen beitrag ein fragment was auch immer oder auch 20 die möchte ich jetzt übersetzen schickt das dann an den lockup wie vorher auch aber in diesem fall lockt sich dann der übersetzer nicht manuell ein sondern connecting content holt sich diese inhalte automatisch das heißt wir schicken das praktisch von einer middelwehr an die nächste middelwehr weiter connecting content holt sich diesen content dieses übersetzungsprojekt und schickt es dann weiter an group share also ich habe jetzt hier keinen pull sozusagen auf übersetzerseite dass ich mich irgendwie aktiv einloggen muss und das holen muss sondern connecting content liefert es automatisch dann weiter an die übersetzer in adobe experience manager schaut das ganze anders aus ist halt auch ein cms alle cms sind ein bisschen unterschiedlich und ich habe eben die möglichkeit zu sagen ich möchte ich habe da einen artikel ausgewählt hier oben an den möchte ich jetzt bitte übersetzen halt in diesem fall in zwei verschiedene sprachen gebe diesem projekt auch einen lustigen namen nämlich new about us war dieser text den ich hier selektiert habe und jetzt habe ich hier zwei neue aufgaben in adobe experience manager und kann sagen okay starte die bitte und in dem moment geht das an lockup und lockup ist eben mit connecting content verbunden das sieht man hier auch sehr schön über die tapik schnittstelle das heißt ich habe hier eine tapik schnittstelle konfiguriert ich weiß wo meine lockup middleware läuft und dadurch kann eben connecting content direkt mit lockup kommunizieren über dieses tapik protokoll über diese api sozusagen ich mache dann wieder einen ganz ähnlichen job wie vorher das heißt ich analysiere du vor übersetzen auch noch projekt tms erstellen in diesem fall und ich schiebe das ganze an group share in diesem fall konfigurieren wir das ein klein wenig komplexer gut an dieser stelle ein klein wenig einfacher weil ich die zuweisungen gleich direkt aus meinem studio projekt herauslesen kann und um das besser zu zeigen starte ich hier das service das normalerweise einfach stumm im hintergrund läuft in der konsole man sieht also tapik wird sozusagen gelauncht holt sich daher dieses dieses dokument herunter im grunde erbaut aus und startet hier unten jetzt schon die studio tasks das heißt er analysiert bereits tut schon vor übersetzen theme erstellen etc und man sieht dann auch hier im group share ist jetzt mein new angekommen so haben wir dieses projekt genannt auch in studio kann ich das jetzt einfach öffnen das ist ich kann sagen macht das da auf und von hier weg kennen sie das wenn sie group share und studio kennen das heißt ich habe jetzt hier ein studio projekt heruntergeladen und das kann ich eben entsprechend übersetzen dann wieder zurückschicken zurückliefern an etc ich hätte es auch direkt in group share webbasiert übersetzen können aber das kennen sie alles das hat nichts mit dem mit diesem connectivity thema zu tun und darum gehe ich dann an der stelle auch gleich weiter ja und jetzt fragen sie sich vielleicht na gut was bringt mir das oder kann ich mir da irgendwie ausrechnen wie viel aufwand ich eigentlich derzeit habe und dazu habe ich zwei ich nenne das immer sehr gerne milchmädchen rechnung erstellt also so eher banale einfache rechnungen um das mal so irgendwie hinzuschätzen das heißt ich sage okay wir haben diesen klassischen prozess sieben schritte besteht der einfach deshalb weil ich manche davon ja auch gar nicht auslassen kann also ich kann ja den ersten schritt zum beispiel gar nicht überspringen den letzten auch nicht darum haben wir also nur sieben sozusagen durch automatisieren automatisierung vermeidbare schritte und ich schätze dass wir pro schritt ungefähr sieben minuten brauchen es halt einfach lustig weil es zweimal sieben ist manche davon dauern natürlich länger als andere aber man kann sich schon vorstellen dass zum beispiel verteilen und rück importieren also gerade verteilen sicher länger dauert als sieben minuten weil ich e-mails schreiben muss dateien übertragen muss und et cetera et cetera andere sind natürlich ein bisschen schneller vielleicht wir gehen jetzt davon aus wir haben ein projekt pro woche wobei mir jetzt für diese milchmädchen rechnung egal ist ob ich eine oder mehrere ziel sprachen habe in diesem projekt in wirklichkeit wäre das natürlich nicht egal weil ich pro ziel sprache mehr verteilen und zurück importieren will und ich rechne jetzt einfach einmal damit wenn ich dienstleister bin zum beispiel dass ich 15 kunden habe oder wenn ich jetzt in einem unternehmen bin dass ich 15 systeme oder zum beispiel 15 autoren in einem oder mehreren systemen also 15 schnittstellen 15 mal läuft dieser task sozusagen pro woche durch das kann man jetzt relativ leicht hochrechnen eben als milchmädchen kann das dann mit einem stundensatz multiplizieren und kommt dann drauf hoppla das ist ja nahezu schon ein fulltime job 637 stunden im jahr circa 40.000 euro im jahr die ich damit verbringen und natürlich explodieren diese kosten wenn man das nach oben skaliert also wenn ich hier zum beispiel sagt ich habe pro tag ein projekt und nicht pro woche und außerdem zähle ich jetzt tatsächlich mit dass ich eben bei fünf sprachigen projekten an deutlich mehr schritte habe ich habe zwar immer noch sieben schritte aber den da hier drinnen den wiederhole ich halt fünfmal weil ich für jede sprache halt wiederhole und das ist eigentlich auch noch nicht realistisch weil manchmal muss ich es ja mehr als einmal verteilen wenn ich zum beispiel übersetze korrektur lese und und reviewer das lassen wir jetzt weg es ist ohnehin so schon schlimm genug dann komme ich hier auf knapp 7000 stunden im jahr also das ist schon richtig teamwork dass man das überhaupt noch hinkriegt das heißt sie sehen das macht sich auch finanziell bezahlt also nicht nur qualitativ weil eben die websites dann besser werden wenn wir an diese xilio berechnung zurückdenken auch von der geschwindigkeit her wird das natürlich logischerweise signifikant besser aber es macht sich eben auch finanziell bezahlt ja ich hoffe ich habe sie da ein bisschen für dieses thema interessieren können auch wenn das vielleicht ein bisschen technisch war aber das ist ja auch ganz gut aus dem bin ich techniker und damit ja möchte ich mich an dieser stelle bei ihnen bedanken und ja freue mich schon auf ihre fragen und rückmeldungen besten dank ich habe ja gerade auf die ganze Zeit ich habe ja nicht wir sind ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin